Die Dekoration ist barock ausgestattet, eine Ratsche, dass man von außen so gar nicht verholen würde, in der sogenannten Neustadt. Das braune Häuschen kann man auch schön sehen. Die Stabüren sehen wohl sieht heuer aus. Jetzt fahren wir durch das romantische Numetal-Leftze. Jetzt sehen wir mal die Kirche und Friedhof dazu. Die Kraftwerke kommen jetzt hier. So, jetzt haben wir die Stabkirche und dann sind hier die Heerauhausen wie in der Basken-Baskenland. No light. So, originally the church. I just want to tell you the crucifixion. Kirche. 1943. 850 Jahre alt ist die jetzt willkommen natürlich. Ich bin nicht viel geändert. Da gibt es halt hier immer alle 300 Kilometer mal so einen Markt und dann ist aber hier tote Hose. So, das ist jetzt die neue Stabkirche von Uftalen. Uftalen, was ist das hier? Uftalen. Uftalen, Maschinenausleihe. Man kann, vieles kann man übersetzen. Aber sonst ist es norwegisch schwierig. So, meine Passhöhe mit 1100 Metern über den Schritt. Hier ist es baumlos, da wächst nichts mehr. Na, da war eine Briefkeste. Und das ist ein Beisle hier über halb Stunden. Das Beisle hauert ziemlich einträglich. Hüde, hüde, hüde. So hoch und hohe ist das da. Ich bin schon wieder grün. Ein Rifting gibt es hier. Willkommen in Doggeli. Das ist ein Skigebiet hier. Willkommen bei den Hallingdal. Flachendes Goldhemmstallall. Da sind wir da. Da gibt es nicht mehr Täler. Da sind wir da. Da sind wir da. Doggeli, da unten ist der Scalo. Da fahren wir hin. Und der Goldhemmstall. Goldhemmstall. Da ist das Floor. Da unten ist das Floor. Da sind wir mitten im Skorne da. Da ist der Da. Stageli. Und das heißt... Numetslagen. Numetslagen ist der Flussdahn. Da sind wir jetzt hier durch das ganze Tal. Numetslagen heißt es hier. Das drittlängste Tal in Norwegen. Geht von Grungsberg bis nach hier. Da gibt es Kraftwerke. Die produzieren 2800 Gigawatt. 2800 Gigawatt. Das sind das 6 Speicherkraftwerke. So, da ist noch... Da geht es nach Orland. Da fahren wir ja hoch. Und hier Geilo. Das sind wir denn. Golf. Aber... ... und Flach. Oh, boah. Das ist Geilo. Außerrichtig. Ampazampa. Ort. Fing Gott wohl die... Geilo. Wir finden es jetzt. Das ist eine kleine Siedlung. Die Luft. Wir fahren hier aus in Sla. 127 Kilometer nach Bergen. Das ist der Nationalpark. Haarwanger. Wetter. Das ist also eine Ebene. Hauptebene hier. Nehm. So. Na ja. Da ist ein Stockwärm. Rangau wie da. Wetter. Rangau wie da? Ist das hier? Bisschen Schnee drauf. Das waren wir bei der Naturbrücke. Da steht ein Schnee drauf. Rangau-Jackkügel. Das ist ein Gletscher da hinten. Ja, das ist auch noch... Einsam, einsam, einsam. Die Zeit vergesse ich jetzt. Das ist eine Naturmauer. Sieht nicht schlecht aus. Der Bohnen lag dabei. Das ist der Vorringfossen. Der ist bespludelt da runter. Und wir gehen da vorne an den Mainpoint. Da geht er wieder. So, das ist der Aussichtspunkt. So, hier rauscht der Bach. Hier sind wir runter. Und wir gehen da vorne. Hier sind wir runter. Hier sind wir runter. Hier sind wir runter. Hier sind wir runter. Jetzt zum Felsen, nochmal in die Rotary, da geht's Lendo. Frosliefhütte Boing Vossen war das So, da oben ist einfach noch die Kanzel, wo wir gerade waren Die Trolle, Trolle, Trolle Hier sind wir noch Highlife Der gegenüberliegende Wasserfall ist leider fast abgestellt Da wird das Wasser heute genutzt für die Energiegewinnung Bis hier hätten wir auf jeden Fall gehen können Hier vorne kommt eine steile felsige Passage Da fahren wir jetzt gleich durch den Tunnel Um eine Etage tiefer zu kommen Das ist eine Gewaltgeschlucht Sehen Sie die alte Straße rechts drüben Die Bremsen funktionieren ja 40 Kilometer Länge vom Meer an der Mündung gemessen Der Zweitlängste an der Sonnefjord Der ist auch knapp 200 Kilometer So und rechts sind wir schon am Fjord Am Fjord Schon gleich das Wasser Sind wir schon fast auf Null Der Hardanger Fjord Der Hardanger Fjord Da haben wir sie gleich wieder Jetzt sind wir sicherer schon Mitten im Viking Das ist eine ganz kleine Gemeinde hier Und da liegt ein riesen Pott Der Viking Das ist ja eine ganz kleine Gemeinde hier Denn da liegt ein riesen Pott Der Viking Die sind praktisch bis zum Leben Nicht mehr eingeschnitten da Der Namen Das ist also der Altfjord Wir wohnen nachher am Wer heißt der gleich wieder Nach Norden Wie heißt der Hardanger Brücke Hardanger Brücke Holzfahrschiff gefahren Da muss es auch drunter durch Wenn es wieder zurück ins Meer will Über diese Brücke werden wir die kommenden Tage Ein paar Mal fahren Der Altfjord fern Ich lege hier Von der Brücke Jetzt ist die Brücke da vor Wie gestaltet Der ist auch Die Brücke Das ist Das ist Das ist Der hat Der hat Die Untertitelung des ZDF, 2020